So und jetzt kommen wir zu einem echten Weltrekordversuch. Im vergangenen Jahr war das Haus von Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln der Ort mit den meisten geschmückten Weihnachtsbäumen. 420 waren es damals und das wollen sie heute toppen. Unser Reporter Andreas Heidorn ist vor Ort. Andreas, hast du schon nachgezählt, wie viele Weihnachtsbäume sind es in diesem Jahr? Uwe, es sind einfach viel zu viele Weihnachtsbäume. Zum Glück muss ich nicht ziehen, sondern der Rekordrichter. Wir können uns hier im Haus mal umschauen. Der Langegang, komplett voll mit Weihnachtsbäumen in allen möglichen Farben und Formen. Und wir schauen mal hier ins Schlafzimmer der Jeromins. Ein Tannenbaum voller Plüschtiere, Rot, Blau, Gold, Eis, einfach alles dabei. Es ist ein ganzer Weihnachtswald, wenn man es so nennen kann. Wir gehen mal ins Wohnzimmer zu Susanne und Thomas Jeromin. Herr Jeromin, mal ganz ehrlich, wann hat das eigentlich angefangen mit dem Schmücken in diesem Jahr? Denn das macht man ja nicht mal eben an einem Samstag. Okay, ich habe natürlich am 1. August angefangen. Da ist es wunderschön warm draußen, aber ich habe Weihnachtsbäume geschmückt. Das heißt, Sie saßen im Grunde genommen seit August, seit Sommer hier und haben jeden Tag geschmückt? Jeden Tag, genau. Bis zum 1. Advent, bis mittags. Und dann waren die letzten Kugel am Baum. Wann fing Ihnen eigentlich Ihre Leidenschaft für Weihnachtsbäume an? Oh, das ist heute genau vor 10 Jahren, also war das. Da hatten wir ganz normal einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, wie alle anderen auch. Oder wenn ich aus dem Wohnzimmer rausgegangen, dann war Weihnachten zu Ende. Und das wollte ich nicht. Und dann wurde das immer mehr, wie man sehen kann. Und dann haben Sie gekauft und bestellt und seitdem... Ja, da habe ich mein ganzes Taschengeld dafür benutzt, ja. Und jetzt geht es darum, den Rekord zu knacken. Olaf Kuchenbecker ist bei mir vom Rekordinstitut für Deutschland. Herr Kuchenbecker, jetzt sagen Sie mal Butter bei die Fische. Wie sieht es aus? Wie viele Tannenbäume haben die Jeromins hier? Also es sieht gut aus. Der Rekord ist geknackt. Es sind 444 vollständig geschmückte Bäume hier in Rindeln. Und mit dieser Zahl bestätigt das Rekordinstitut für Deutschland den neuen Weltrekord. Wann haben Sie denn angefangen zu zählen? Also weil ich stehe hier und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also tatsächlich schon heute Morgen, aber die Jeromins haben uns das wirklich sehr gut zugearbeitet. Es gab eine Übersicht mit der Anzahl der Bäume pro Zimmer. Und an der konnte ich relativ einfach dann auch pro Raum tatsächlich diese Zahl nachvollziehen. Es stimmt alles perfekt. Welche Kriterien mussten die Jeromins jetzt befolgen? Was muss ja eingehalten werden, damit dieser Rekord geknackt wurde? Also unabhängig von der Größe des Baumes geht es darum, dass der vollständig geschmückt ist. Also mit Kerzen, Kugeln und allem weiteren Schmuck, wie man ihn sich sonst auch normal ins Wohnzimmer stellen. Ganz herzlichen Dank. Also die Urkunde ist da, Frau Jeromin. Was sagen Sie denn dazu? Ich finde es gut. Und das wird nicht weniger, sagen wir es mal so. Sie haben das Haus ja auch geschmückt. Und jetzt beschreiben Sie mir mal, wie sieht es denn im nächsten Jahr aus? Wollen Sie da wieder antreten oder sagen Sie, es reicht jetzt auch? Also es lagert definitiv schon Material für die nächsten Bäume. Der Platz muss noch geschaffen werden, aber auch das kriegt er hin, glaube ich. Und da wird es dann mehr, mit Sicherheit mehr. Das Ganze kostet ja auch eine Menge Geld. Was haben Sie hier investiert? Wie wir immer so schön sagen, ein Mittelklassewagen wäre es geworden. Aber genau weiß man es nicht. Weil wir haben natürlich nie Buch geführt, was jetzt was gekostet hat. Aber man versucht halt immer Schnäppchen zu machen. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen dabei sein durften beim Weltrekord. Ja, Rindl ist und bleibt eben der Ort mit den meisten geschmückten Weihnachtsbäumen der Welt.